Ein Beispiel für eine Einkommensanrechnung an eine Witwenrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir hatten ja mal vor längerer Zeit schon ein Video veröffentlicht zum Thema Witwenrente, drei Schritte der Einkommensanrechnung. Dort habe ich sozusagen anhand der drei Schritte der Einkommensanrechnung erstmal grob dargestellt, wie denn überhaupt eine Einkommensanrechnung an eine Witwenrente durchzuführen ist. Als allererstes wird erstmal geprüft, ob Einkommen überhaupt an die Witwenrente anrechenbar ist. Da muss man prüfen, Altrecht, Neurecht. Zum Beispiel ist Erwerbseinkommen und Erwerbsersatzeinkommen anrechenbar. Dann wird in einem zweiten Schritt, wenn das Einkommen als anrechenbar festgestellt wird, eine pauschale Bereinigung des Einkommens auf das Netto durchgeführt. Und dann erfolgt in einem dritten Schritt die 40% Anrechnung nach Abzug des geltenden entsprechenden Einkommensfreibetrages nach § 97 SGB VI. Jetzt habe ich mal eine Rechnung gemacht. Die ist relativ einfach, meine Damen und Herren. Gucken wir uns das mal an. Und zwar hier in dem entsprechenden Beispiel habe ich mal ein ganz simples, einfaches Beispiel genommen. Wir haben eine monatliche Witwenrente von an sich 600 Euro. Jetzt kommt zum 01.01.2024 ein Altersrenteneinkommen in Höhe von 1500 Euro dazu, meine Damen und Herren. Jetzt steht die Frage, wie hoch ist die Witwenrente nach der Einkommensanrechnung? Die Rechnung geht relativ einfach. Die Rente von 1500 Euro wird erst einmal pauschal um 14% bereinigt nach § 18b Absatz 5 Ziffer 8 SGB IV, weil die Rente nach 2010 begonnen hat. Im Übrigen Renteneinkommen sind Erwerbsersatzeinkommen, die gelten immer als anrechenbares Einkommen an eine Witwen- oder Witwerrente. Bitte nicht an die Waisenrente. An Waisenrenten finden grundsätzlich keine Einkommensanrechnung mehr statt. Okay, also bereinigen wir die Witwenrente, die Altersrente um 14%. Es wäre also ein Abzug von 210 Euro, ergibt dann 1500 Euro minus 210 Euro sind dann 1290 Euro. Jetzt ziehen wir von diesen 1290 Euro den Freibetrag von 992 Euro und 64 Cent ab. Und zwar errechnet sich der Freibetrag aus dem 26,4-fachen mal Rentenwert 37,60. Das sind 992 Euro und 64 Cent. Also ziehen wir von den 1290 Euro Netto-Rente die 992 Euro und 64 Cent ab, verbleiben 297 Euro und 36 Cent. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt es zur sogenannten 40-Prozent-Anrechnung. Die 297 Euro werden nochmal um 40 Prozent gekürzt, ergibt 118,94 Euro. Und dieser Betrag, diese 118,94 Euro werden von den 600 Euro Witwenrente dann abgezogen. Das heißt also, unsere Witwe bekommt dann ab Januar 2024 einen Betrag von 481,06 Euro an Brutto-Witwenrente monatlich ausgezahlt, weil sie Einkommen hat, und zwar anrechenbares Renteneinkommen seit dem 01.01.2024 in Höhe von 1500 Euro. Und diese grundsätzliche Berechnung kann man dann auch durchführen, zum Beispiel für Arbeitseinkommen oder für Betriebsrenten oder andere Renteneinkünfte, die nach § 18a, 18b, SGB IV dann eventuell an die Witwenrente als Einkommen anrechenbar sind. Meine Damen und Herren, das soll es erstmal gewesen sein von der Einkommensanrechnung an die Witwenrente. Hier ist noch das Beispiel für Sie, dann können Sie das selber auch mal nachvollziehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Rechnen. Alles Gute, eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.